Hey, Pizza-Apfel, weißt du was? Ja, ich weiß alles. Äh, okay. Ein Déjà-vu? Ah, Französisch kann ich auch. Ah, wie? Wie? Ja, ich hätte auch gerne einen Döner. Dann, dann. Wir schauen mal einfach mal sprach. Ich mach dich, dass du nicht das so schwierig ist. Und eine Döner-�abende Kanteil. Ich mach dich, du bist hier auf.